Da drücken wir gleich mal zu Beginn auf den Pause-Button, denn der Winter will einfach nicht mehr in Fahrt kommen. 2023 unvertröstet uns sozusagen auf das neue Jahr. Anfangs haben wir zwar noch eine kalte Nordwestströmung, die wird aber zunehmend vom milden Westwind abgelöst. Denn unser Sturmdief zollt dann, das zieht weiter nach Osteuropa und somit kommt sehr milde Luft vom Atlantik her auf uns zu. Und zum Teil wirkt auch Hochdruckgebiet Gusti vor allem im Süden von Deutschland. Somit haben wir am Heiligen Abend bereits verbreitet zweistellige Plusgrade bei uns in Deutschland. Zudem ist es auch noch relativ windig. Wir erwarten verbreitet kräftigen, in Böen sogar stürmischen Wind. Und die Temperaturen liegen verbreitet zwischen 10 und 13 Grad, nur in den erhöhten Lagen ein wenig darunter. Zudem kommt viel Regen auf uns zu, denn vor allem im Norden regnet es zum Teil kräftig. Da besteht Überflutungsgefahr, denn die Bäche sind ja zum Teil randvoll, auch die Flüsse. Und die können dann richtig ausufern. Im Süden ist auch noch der Wind kräftig, da locken die Wolken ein wenig auf. Und das sind die Regensummen bis einschließlich Sonntag, dem Heiligen Abend. Und da sehen wir, dass da noch gehörige Mengen zusammenkommen. Die Pegelstände werden also weiter ansteigen. Ein Blick auf die Weihnachtsfeiertage zeigt, dass wir hier an beiden Tagen in der Mitte eine Front mit Regen liegen haben. Im Norden ist es windig, im Süden bleibt es weitgehend trocken. Und wir haben es verbreitet mild mit zweistelligen Tageshöchstwerten. Der Winter sagt also Adieu, verabschiedet sich von uns. Und wenn wir dann auf die Aussichten von der Wochenmitte in Richtung Silvester blicken, dann sehen wir, dass es weiterhin viel zu mild bleibt. Unbeständig ist es obendrein, nur im Norden, da kühlt es vorübergehend ein wenig ab. Nach Winterwetter sieht das aber weiterhin nicht aus. Und mit diesen Aussichten wünsche ich dir jetzt frohe Festtage und einen guten Rutsch.